Kenne den Unterschied. So ist der Latzug eine Übung für die gesamte obere Rückenmuskulatur mit Fokus auf die Muskulatur zwischen den Schulterblättern. Oben schön in die Dehnung und unten schön die Schulterblätter zusammenziehen. Mit relativ aufrechtem Sitz und dem Ellenbogen leicht vor dem Körper ist der Latzug auch eine Übung für den Lat, den sogenannten Latissimus. Oben aber nicht zu doll in die Dehnung und unten die Schulterblätter nicht zusammenziehen.